Surya Namaskara Urdhva Baddha Hastasana ist die Nummer 2 des Sonnengebets und gehört zu den Variationen dieser Stellung eben mit gefalteten Händen. Ich kann sagen, es ist die Rückbeuge mit gefalteten Händen im Stehen. Ausgangsposition Tadasana. Und dann könntest du ja erst Namaskara Tadasana machen, Hände vom Brustkorb zusammen. Jetzt atme ein und gib die Arme hoch und gib die Arme nach hinten. Das wäre jetzt Surya Namaskara Urdhva Hastasana. Wenn du dabei die Hände faltest, dann ist es eigentlich Urdhva Baddha Hastasana. Und weil es Teil des Sonnengroßes ist, ist es Urdhva Namaskara Urdhva Baddha Hastasana. Du kannst aber die Handflächen auch nach außen drehen. So ist die Dehnung im Brustkorb, in den Schultern und in der letztlich zwischen den Schulterblättern noch etwas stärker.